Was geht ab, du Zocker? Ich hab's mal wieder getan, ich hab Rainbow Six Siege gespielt. Das Schöne an diesem Shooter ist, es gibt sogar einen Modus ohne Skill-Based Matchmaking. Das Schlechte dafür, es gibt ja für dreimal mehr Idioten als in COD oder sonst was. Also die Community ist wirklich, sagen wir mal seltsam und anders. Und ich dachte mir, komm, ich nehm euch mal auf diese Reise mit und schneid euch ein schönes Gameplay-Video. Ja, kein Waden von mir aus. Dann mach ich Küste. Nein, wahrscheinlich. Okay, ich mach Schalte. Ich hätte das Küste mitgenommen. Egal, welch bin ich. Welch bin Kaffee, also alles gut. Okay, Bannphase, wen bannen wir denn? Nein, have a great time. Ich würde euch unbeliebt machen, die Hälfte der Community mag Äsch wahrscheinlich jetzt. Ja, okay, dann muss ich das ja nicht reinkatten, dass ich die mit drauf gebannt habe. Oh Gott, du, ich werde es aufhören, dass ich die ganze Zeit sage, eine wichtige Situation, glaub mir. Wie die da schreit, ey. Jäger, ich ne Mosey. Ja, Mosey. Nervt mich mehr. Ja, Mann. Das ist schön. Die nervt ab, ey, wenn ihr mal die Drohnen, äh Drogen, wollte ich schon sagen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Mosey ist. Mosey ist ein männlicher. Weil sicher? Ah ja, weil Gridlaw weiblich ist, ne? Darum geht's nicht, Mosey ist ein männlicher. Darum geht's nicht. Ey, alles wofür ich aufkam, war es weg. Das geht's nicht. Ja, ich auch. Deswegen hab ich schnell. Ja, Mira ist wieder da. Perfekt. Oh, einer ist rausgegangen. Die haben schon direkt gelesen, ah, da ist der mächtige Fire TP und der mächtige, ich stress dich. Da muss ich direkt lieben. Sonst hab ich keine Schwimmel. Absolut kriegen wir gleich auf die Fresse, wetten. Kapkan ist tot oder ist er aus dem Spiel raus? Warum? Das war Bandit. Jäger, Bandit. Ach, ey, du bist Bandit, ne? Ich glaube, ich erschieß gleich dich, Junge. Ach, du. Du hast mich schon einmal erschossen, ich wette dir das. Das werd ich dir ewig vorenthalten, du Wichser, wie du mich da abgeknallt hast. Ich lag so am Boden. Zwei Sekunden, die konnten theoretisch nicht mal in dem scheiß Game sein. In dem Raum. Und du hast mich getötet. Ich hab so Bock jetzt zu drücken, ne? Wenn du das sehen würdest, wär ich perfekt, wie sie hatte. Ja, ja. Die ganze Zeit immer. Komm, trau dich doch. Ich hab dich fast wirklich erschossen. Uh, 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 uh. Die sind wieder da oben, ne? Kann das sein? Ah, ich seh nichts. Ah, die kommen smoken. Die kommen 100% vom Dach. Wetten? Ja. Oh, jetzt bin ich echt geplatzt. Endshot. Ging ist out. Hier ist einer. Oh, da oben am Dach. Ich hab noch 5 Lebenspunkte. Er ist drin. Er kommt da, sie. Ja. Der ist immer noch am Dach. Der eine ist immer noch oben. Der Fuse endet da ab. Scheiße. Egal, wir haben doch gewonnen. Guck, die Top 2 wieder. Ey, das ist schon schlecht, dass wir 1. und 2. sind. Das ist echt schlecht eigentlich. Wir sind so kacknoobs. Ich hab so lange kein Rainbow mehr gespielt. Ey, Junge. Die mögen sich echt. Die wollen nur das Spiel ausgeglichen halten. Ey, du, aber so eine Scheiße geht mir auch echt derbe auf den Sack. Ja, tja, die Rainbow-Community, die ist halt toxic. So, zutackern. Da hat sich jemand nach oben gesetzt. Ja, oben ist auch wer. Wenn nicht sogar viele. Ja, am Fenster. Ja, ich weiß sogar wo. Ich mach mal ein bisschen Krach. Okay, einer ist bei mir am Fenster. Tschüss, Jegen. Was? Nein. Ihr habt wohl den Durchblick und ihre Kandela ein bisschen weit geworfen. Äh. Ich will das mal anziehen. Schlitter? Oh Gott. Guck mal, guck mal. Schau dir die Killcams. Du hast sie so böse. Oh. Ach, geil. Nope, nope. Brr. Hast du keine Ahnung? Du Idiot. Ja, das hat einen Grund, warum ich das hier aufschieße. Ich hasse es, wenn du so kacknoobs den Rainbow hast. Du wirst nicht, wie das funktioniert mit dem Löchern. Wir kommen durch. Ruhe. Aber selbst verstärkt der nichts, weißt du? Aber immer die anderen anmachen wollen. Wat ein Wichser. Wat ein Blödmann. All right. Oh. Was? Die ist schon drin, da ist sie. Bibliothek. Einer weg. Au, 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 hinter mir. Hier. Die ist hier im Raum. Ah, ich bin über der Gebrände. Schlecht, ich bin voll im Gang. Die ist hier. Nein! Da kommt die Erfahrung. Wow! Die können alle drei schon rausgeworfen werden. Nur wir zwei nicht. Nur wir einzig haben niemanden erschossen von dem Team. Was sind das für Leute? Geh zum Herd. Das kannst du keinem erzählen, Alter. Das kannst du keinem erzählen. Ich nehme jetzt. Obwohl, ne, komm. Ich nehme den Blitz. Alter, wir sind ja richtige Allmanns, eh. Beide deutsch. Ich bin der Blitz. Komm her. Hast du Angst? Der ist abgehauen. Der ist von mir abgehauen. Ich könnte jetzt ein bestimmtes Lied einspielen, aber ich lasse es mal. Die hatten fucking LMG? Ja, IQ, ja. Ich wusste es nicht. Ja, weil du die nie gespielt hast früher. Doch. Nein, wow, wow, IQ habe ich sehr viel gespielt. Ja, ja, du, du hast die früher null angefasst. Du hast gesagt, die war so scheiße. Die hat nur gute Waffen, mehr hat die nicht. Das war immer deine Aussage. Doch? Nein, für mich ist... Eine Stunde später. Wunderung, Vorgutfeld. Im Erdgeschoss ist einer, aufpassen. Im Bahnhof. Erdgeschoss ist einer gewesen, aufpassen. Ja, der kommt dann hoch, ne? Ah, nein. Uh, der Blitz hat es geschafft. Er hat seinen deutschen Kollegen fertig gemacht. Oh, da ist einer down gegangen. Hier. Ach, wo markiere ich denn? Mit oben muss man. Hier, da ist einer. Weiter zwei. Ha, nimm den Blitz. Gut gemacht, Blackbeard. Oh, Kamera vor mir. Ah, geil. Oh, zwei bei mir. Die sind beide bei mir, Nancy. Ja, letztes hier. Nein, der gibt mir den Heddy. Pick der Pickel. Ah, dieser Name. Gewonnen. Jawohl, gut gemacht, Nancy. Wir haben es geschafft, Baby. Und jetzt kommt der traurigste Moment in der Geschichte, die ich je hatte. Meine Lieblingsmap wurde nicht gewählt. Aber Wolkenkratzer ist dabei. Auf den hätte ich Bock. Ja, Wolkenkratzer kommt. Ja, außer die anderen machen. Wach, Mann. Clash ist trotzdem weg. Dieser Schrei, ey. Wie will das? Ich bin Sam Fischer. Und ich komme aus dem anderen Ubisoft-Spiel. Und ich wäre froh, wenn ich trinken könnte. Trink doch. Nein. Ich war zu dumm, um zu trinken. Wie schwer ist es, deine Flasche aufzumachen? Nein, ich trank aus einer Glasflasche. Und irgendwie habe ich Mineralwasser. Das ist mit Geschmack. Auf jeden Fall, ich weiß egal, was es ist eigentlich. Ja. Du weißt schon, du musst den Mund aufmachen, bevor du den Schluck trinkst, ne? Ach nee, ich dachte, man trinkt durch die Nase. Ah, Frostbund geht das. Mist. Oh, Bitchgemachterin. Der kleiner Wichser. Ey, wir spielen wieder gegen Pick-the-Pickel. Der verfolgt mich auch noch. Setz, Sophia. Setz. Du sollst nicht kacken gehen. Setz. Ey, ich erschieß die gleich, ne? Soll setzen. Ich kann doch, weil, wie kann die danach jagen gehen? Soll er es setzen? Six, ein Albstunden später. Ja, endlich. Ach, diese Flammen. Hä, was? Von wo hat die geschossen, Alter? Ich habe die gar nicht gesehen. Ah, ich war voll lost gerade, ey. Das ist doch so eine alte Rainbow-Weisheit, ne? Man geht immer an dem Ort zurück, ne? Wo man verloren hat. Das ist immer so. Das war schon immer so. Du gehst an den Ort der Schande zurück. Nur, um dann nochmal aufs Maul zu kriegen. Hat der Kamera platziert? Also im Zwischengang ist niemand drin. Ich habe den Capcan. Yeah, Mann. Monty, was machst du denn da? Der läuft mir voll rein. Der Vollidiot. Jetzt habe ich keine mehr. Weil Monty die abgetankt hat. Warte, Zimmer. Der hat den weggeboxt? Ne. Ist doch links von mir, oder? Ja, toll. Ich bin sehr fischer. Komm her. Oh, frag jetzt, wo ich aber Gas gebe. Der sagt, komm. Ja, der sagt, komm. Das habe ich verloren. Hab ich mir gesagt. Ja, aber du musst es jetzt. Ja, aber warum ist der denn weggelaufen, Mann? Ja, aber er hat Zeit spielte. Toll. Mann. Ich hatte den fast gehabt. Und wieder pickte Pickle. Du bist so ein ekelhafter W***, Alter. Jedes Mal bringt der mich um, ne? Jedes Mal. Jedes Mal killt der mich. Ich mache es safer als du vorher, ja. Hm? Ist auch ein Unterschied, wenn man alleine im One-on-One ist, ne? Weißt du, natürlich. Und der kriegt Pickle to Pickle, ne? Mein Nemesis. Rache. Rache ist ein Bitch. Schmack, Mann. Der hat mir vorhin einen kranken Headshot gegeben, Junge. Der ist gut, Mann. Der ist gut. Und vor allem ist der schon wieder da. Ja. Ich. Der eine hat sich selbst umgebracht. Pick the Pickle, Alter. Ja, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Was macht die da? Oh, F***. Du bist genau so scheiße geschossen. Die übrigens sind halb tot schon, ne? Ja, die sind sehr gut. Perfekt. So, habe ich sie. Oh, F***. Oh, das ist schlecht. War das schlecht, dass ich damit noch durchgekommen bin? Wer ist das? Wer ist das? Dass ich da noch durchgekommen bin? Oh, nein. Nein. Bitte. Safe. Ab ein. Nein, die Mira ist da. F***. Ja, du hast sie gefunden. Okay. Komm, schaffe ich dir. Jawoll. Das war ein super Runde. Das will ich auch sagen. Geil, geil, geil. Das war ein super Runde. Nein. Das war ein Jubilator. Ich bin hier in 8 أOf Award. Aufmerksam! Das war ein gew selecter Punkt. Din